George Michaels letztes Interview, Leben war verschwendet George Michael 53, starb vor fast einem Jahr überraschend an Herzproblemen. Noch wenige Tage vor seinem Tod arbeitete der Sänger an einer Dokumentation über sein Leben. Wie Thomas jetzt berichtete, zog er in seinem letzten Interview ein wirklich düsteres Fazit über sein Leben, ich denke, das war alles Zeitverschwendung, alles Vergebens. Besonders der Verlust seiner großen Liebe an Silmo Felepper quälte ihn bis zum Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020